Was ist Pfählen? Flad lebte von 1431 bis 1476 das Mittelalter, eine ausgezeichnete Zeit für das Pfählen. Bevor wir in die Details von Flads Leben eintauchen, sprechen wir über sein Lieblingshobby. Im 15. Jahrhundert war das Pfählen nicht so ungewöhnlich, Herrscher in Europa wandten es gelegentlich gegen ihre Feinde an. Das Osmanische Reich hingegen machte eine regelmäßige Praxis daraus, und Flad war als Kind ihr Gast. Meistens, zumindest unter Flad, wurden die Pfähle auf etwa sieben Fuß Höhe und drei Zoll Durchmesser zugeschnitten. Sie waren aus robustem Holz gefertigt, damit sie sich nicht biegen oder brechen würden, wenn das Gewicht des Opfers darauf lastete, und ein Ende war etwas spitz oder spitz, aber nicht zu scharf, da dies die Bestrafung verkürzen würde. Der Pfahl wurde eingefettet oder geölt, und das Opfer, dessen Hände und Füße gefesselt waren, wurde mit dem Anus zuerst auf den Pfahl gesenkt. Das Gewicht des Opfers veranlasste es, langsam, manchmal sehr langsam, auf den Pfahl hinabzusteigen und ihn durch den Körper zu treiben. Einige Folterer waren sehr geschickt im Pfählen und wussten, dass, wenn sie den Körper auf bestimmte Weise zogen und senkten, der Pflock wahrscheinlich der Länge der Wirbelsäule folgen und nicht die lebenswichtigen Organe durchbohren würde. Dies könnte bedeuten, dass das Opfer Stunden oder sogar tagelang überlebte. Wenn jedoch die lebenswichtigen Organe durchbohrt wurden, trat der Tod normalerweise schnell ein. In einigen Ländern wurden Menschen seitlich gepfehlt, aber das bedeutete, dass sie absinken würden und nicht selten aus der Ferne sichtbar wären. Außerdem ähnelte das zu sehr einer normalen Verletzung. Die vertikale Pfählung, nicht immer durch den Anus, dauerte länger und war aus der Ferne sichtbar. Es ist wahrscheinlich, dass die Anzahl der von Vlad getöteten Menschen geringer ist als in den Dokumenten aus dieser Zeit angegeben, lag aber immer noch wahrscheinlich im Zehntausender Bereich. In einem Fall ließ Vlad, um einen verfolgenden Feind zu verängstigen, angeblich 20.000 Menschen in einem gerodeten Bereich pfehlen, den der Feind passieren musste. Die Pfähle wurden in regelmäßigen Abständen platziert, und als Vlad's Gegner, das osmanische türkische Heer, dies sah, dachten sie zunächst, sie seien auf eine große und sorgfältig angelegte Baumschule gestoßen. Falsch, eher ein Wald aus gepfehlten Körpern. Übrigens kehrten die Türken um und gingen nach Hause, nicht so sehr aus Angst, obwohl die vorhanden sein musste. Der Sultan respektierte Vlad's Handlungen und sagte sinngemäß, jeder, der bereit ist, sein Land in diesem Maße zu verteidigen, hat meinen Respekt. Vlad der Mann. Jetzt wissen Sie also etwas über das Pfählen. Lassen Sie uns über Vlad sprechen. Wer war er? Und woher kam er? Tschepes war nicht Vlad's Familienname. Tschepes bedeutet, Fehler auf Rumänisch. Woher Vlad stammte? Nun, eigentlich herrschte Vlad über die Wallachai, einen wichtigen, großen, mächtigen und relativ wohlhabenden Teil des heutigen Rumäniens. Vlad war eigentlich Wladimir III. Aber er war der zweite in seiner Familie, der den Namen Dracul trug, der auch als Dracula oder Dracula aufgezeichnet ist. Dracul bedeutet nicht Vampir, obwohl viele glauben, dass Vlad's Blutdurst die Inspiration für Bram Stokers berühmten Roman Dracula war, der 1897 veröffentlicht wurde. Dracul stammt vom lateinischen Wort Draco für Drachen. Vlad's Vater, Vlad II. Er hielt den Namen, als er 1431 in den Orden des Drachen aufgenommen wurde, eine Ehre, die ihm vom heiligen römischen Kaiser Sigmund verliehen wurde, weil er dazu beigetragen hatte, das christliche Europa vor dem mächtigen muslimischen Osmanischen Reich zu verteidigen. Übrigens hatte Vlad's Vater auch einen Spitznamen, Vlad der Teufel. Anscheinend fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Vlad's Gebiet, die Wallachai, grenzte im Norden und Westen an Ungarn und im Süden und Osten an das Osmanische Territorium. Zu dieser Zeit war Ungarn eine bedeutende Macht, und während Vlad the Impalas Lebenszeit würde es unter seinem König Matthias Corvinus, von 1443 bis 1490, zu einer Art mittelalterlicher Supermacht heranwachsen. Zu dieser Zeit war Siebenbürgen ein Teil Ungarns. Aber Siebenbürgen, die sagenumwobene Heimat von Dracula, grenzte im Norden an die Wallachai, war aber nicht Vlad's Heimat. Vlad Schäppichs Vater befand sich zwischen Hammer und Amboss. Christen, der heilige römische Kaiser und die Ungarn strebten danach, ihren Einfluss so weit wie möglich nach Süden auszudehnen, und im Süden hatten die Osmanen den festen Entschluss gefasst, so viel von Europa wie möglich zu erobern. Im Jahr 1436 wurde Vlad der Teufel Herrscher oder Voivode der Wallachai, die als Voivotschaft, ein Fürstentum des heiligen römischen Kaisers bekannt war. Weder Vlad der Teufel noch sein Sohn würden jemals König sein. Aber sie regierten die Wallachai, als wären sie es, stets den Voivoden, ob es sich um Vlad oder andere in der Geschichte handelte, herausfordernd und gegen sie plotzend. Dort waren die Bojaren und die Adligen, von denen viele selbst Voivode werden wollten. Viele von ihnen schmiedeten ständig Pläne, um Flads Vater und später Vlad Schäppich selbst zu schwächen oder zu stürzen. Im Jahr 1447 tötete der mächtige ungarische Krieger Janosz Hanjady zusammen mit mehreren wallachischen Verbündeten Vlad den Teufel, und einer seiner Feinde hieß Voivode. Matthias würde ein mächtiger König von Ungarn werden und Flads Schäppichs Feind und manchmal Verbündeter. Als sein Vater getötet wurde, war Vlad Schäppich in Konstantinopel, eine Geisel der osmanischen Türken. Vlad und sein Bruder Radu waren dorthin geschickt worden, um sicherzustellen, dass Vlad der Teufel nicht gegen die Türken in der Wallachai handeln oder sich mit anderen Christen verbünden würde. In diesem Fall ist das Wort Geisel ein wenig irreführend. Im Laufe der Geschichte erhielten wichtige Familien und Herrscher Geiseln oder tauschten sie aus, um schriftliche Vereinbarungen zu stärken. Es war bekannt, dass, sollte eine Partei eine Vereinbarung verletzen, die Geiseln getötet würden, manchmal auf qualvolle Weise, aber meistens wurden Geiseln gut behandelt und besonders in Europa als Teil der Familie angesehen, ausgebildet und versorgt. Der Fall von Vlad und Radu war etwas anders, aber das hing hauptsächlich mit Vlad störischer Natur zusammen. Zu dieser Zeit war die osmanische Herrschaftsklasse vielleicht die gelehrteste und am besten Ausgebildete der Welt, mit möglichen Ausnahmen in China und Teilen Indiens. Radu war einverstanden und nahm seine Ausbildung und sein Leben im Osmanischen Reich ziemlich leicht. Vlad nicht, er mochte es nicht, zum Lernen gezwungen oder gefoltert zu werden, und er empfand es als ungerecht, dass er trotz eines bequemen Daseins nicht gehen konnte. Vlad wurde auch oft geschlagen, wahrscheinlich, weil er nicht schnell genug gehorchte oder stur war. Im Jahr 1448, nach sechs Jahren als Geisel, wurde Vlad freigelassen. Er hatte ein Ziel, Rache an seinem Vater zu nehmen und selbst Volvode der Wallachai zu werden. Im Laufe der Geschichte haben Mitglieder herrschender Familien ihre Familienmitglieder getötet, gefoltert und eingesperrt, damit sie selbst regieren konnten. Es war dasselbe bei Vlad und Radu. Obwohl Vlad es geschafft hatte, 1448 Volvode zu werden, wurde er von vielen Bojaren abgelehnt. Nach kurzer Zeit wurde er von den Bojaren besiegt, die die Unterstützung des mächtigen Ungarn Janosz Hanjady hatten. Vlad kehrte dann in die osmanischen Gebiete zurück und führte in den nächsten acht Jahren eine Kampagne, um seinen rechtmäßigen Platz als Herrscher der Wallachai zurückzugewinnen. Die Details von Vlads Kampagne und Verbannung sind sehr kompliziert und beinhalten Intrigen, Subintrigen, viele verschiedene Könige, Adlige und andere, Allianzen und Machtverschiebungen. Im Jahr 1456 fand Vlad sich an der Seite desselben Mannes, der geholfen hatte, seinen Vater zu töten und ihn 1448 aus der Wallachai zu vertreiben, Janosz Hanjady. Es ist verzeichnet, dass im Juli 1456 Janosz Hanjady Vlad Cepes zum Verteidiger der transsilvanischen Grenze gegen die Osmanen ernannt hat. Im selben Jahr wurde er zum zweiten Mal Bojwode der Wallachai, und zu diesem Zeitpunkt erhielt er den Namen Vlad der Pfähler. Natürlich können wir nicht annehmen, dass Vlad vor der Übernahme seines Spitznamens nicht gerade ein sanftmütiger Mann war, aber die meisten Herrscher im Mittelalter waren selten freundliche Menschen. Darüber hinaus ist bekannt, dass Vlad es genoss, Menschen beim Pfählen zuzusehen, während seiner Zeit als Geisel im Osmanischen Reich, wo das eine übliche Strafe war. Im Jahr 1462 ordnete er den berühmten Wald der gepfehlten Menschen an, der für die verfolgenden osmanischen Armeen errichtet wurde. Während seiner Herrschaft wurden seine Feinde, sowohl zu Hause als auch auf dem Schlachtfeld Gefangengenommene, gepfehlt. Einige schätzen die Gesamtzahl von Flads Opfern auf über 100.000. Darüber hinaus hat Vlad nicht nur die Pfählung angeordnet, er sah gerne zu, besonders wenn er eines der Opfer kannte. Während seiner Herrschaft führte Vlad Schlachten gegen die Sachsen im heutigen Südosten Deutschlands, die Tschechen und Slowaken und die Osmanen. Obwohl er heute für seine Strafen bekannt ist, war Vlad ein versierter Krieger und gewann viel mehr, als er verlor. Allerdings war Vlad, wie sein Vater, zwischen Hammer und Amboss. Zu dieser Zeit war Janos Hunyades Sohn Matthias König von Ungarn geworden. Matthias Kolvinus, Kolvanus bedeutet Rabe auf Lateinisch und war der Name einer mächtigen römischen Familie, von der der ungarische König glaubte, dass er von ihr abstammte. Im Süden testeten die Osmanen ständig nach Schwachstellen, und sie wurden nun von Mehmet Zweite. Von 1432 bis 1481, dem größten der osmanischen Sultane, regiert. Als Vlad in den Norden floh, nachdem er seinen Wald der gepfählten Leichen errichtet hatte, suchte er Hilfe bei Matthias Kolvinus, der ihn gefangen nahm. Vlad wurde zwölf Jahre lang in Ungarn gefangen gehalten, aber auch dies war kein Gefängnis. Er wurde gut behandelt, durfte jedoch nicht gehen. Warum? Matthias traute ihm nicht. Er hatte in der Vergangenheit zu oft mit den Osmanen zusammengearbeitet, und die Loyalität konnte im Mittelalter leicht gekauft und verkauft werden. Im Jahr 1475 überredete ein Verbündeter von Vlad, Stefan III. von Moldawien, Matthias, Vlad freizulassen und ihn mit einem großen Detachement in Kolvinus' mächtigem Heer zu beauftragen. Im Jahr 1476 zwangen Vlad und Kolvinus' Armee einen Mann namens Basarab Lajota aus dem Volvotschaft Valachias, und Vlad wurde zum dritten Mal Volvode. Natürlich gab es während des Feldzugs und dieser dritten Herrschaftsperiode reichlich Empfehlungen. Leider wurde Vlad jedoch von Basarab, der an der Spitze einer großen osmanischen Armee zurückkehrte, in der Schlacht getötet, die irgendwann Anfang Januar 1477 stattfand. Obwohl es unwahrscheinlich erscheint, ist Vlad Scheppisch heute ein Nationalheld in Rumänien. Vor seiner Zeit und danach kämpften die Rumänen viele Male gegen die Ungarn und die Osmanen. Selbst heute gibt es in Ungarn und Rumänien Nationalisten, die sich für Krieg oder zumindest die Neugestaltung der Landkarten zwischen den beiden Ländern einsetzen. Viele Rumänen sehen Vlad als einen Mann, der sich gegen zwei feindliche Mächte für die Unabhängigkeit eingesetzt hat und sie gefehlt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir schätzen es wirklich. Bitte liken und abonnieren Sie für mehr Inhalte wie diesen, die in naher Zukunft erscheinen werden.